ARD Text im Auftrag von Funk 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 Der Publikum wird nach, wird nicht vorgeschlagen bleiben! X-Ray! Ihre Evakuierung ist unterwegs! Macht in eurer Heimat zurückzugehen, werdet ihr in unserer Stärbe! X-Ray, hinter Ihnen! Es ist ein Patrouillebaut unterwegs! Verstanden! Eine Sekunde zu früh! Geben Sie Feuerschutz! Trupp Delta ist in Position! Verstanden! X-Ray helfen! Mason, Ziel markieren! Markiere Koordinaten! Trupp Delta, legen Sie los! Verstanden, X-Ray zieht Ihre Leute zurück! So, da sind wir wieder. Ziem markieren! Markiere Koordinaten! Trupp Delta, legen Sie los! Verstanden, X-Ray zieht Ihre Leute zurück! Verstanden, X-Ray zieht Ihre Leute zurück! Schiebt Eure Erste! Vorsicht! Einschläge in direkter Nähe! Los! Los! Ja, super Einschläge direkt! Batz, Batz, tot! Erreicht Sie das Boot! Bla, 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 bla! Und tot! Markiere Koordinaten! Trupp Delta, legen Sie los! Verstanden, X-Ray zieht Ihre Leute zurück! Gibt's nicht! Wie geht man denn gleich, wenn der in den Nacken schießt, ey? Markiere Koordinaten! Trupp Delta, legen Sie los! Verstanden, X-Ray zieht Ihre Leute zurück! Schiebt Eure Erste aufs Boot! Vorsicht! Einschläge! Ja, toll! Hm, oh, Einschläge, hm, tot! Hm, lustig! Wie witzig heute, ja! Sie rennt dann! Markiere Koordinaten! Trupp Delta, legen Sie los! Verstanden, X-Ray zieht Ihre Leute zurück! Gibt's! Wieso man das denn schafft Eure Erste aufs Boot? Ich schieße den in den Arsch, man! Du könntest nicht rückwärts, du stirbst trotzdem! Markiere Koordinaten! Trupp Delta, legen Sie los! Verstanden, X-Ray ziehen Sie Ihre Leute zurück! Gibt Eure Erste aufs Boot! Vorsicht! Einflüge in die rechte Nähe! Los! 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 Ab ins Boot! Renn doch, du Arsch! Einsteigen! Weiterfeuern! Heia! Soviel zum Waffenstillstand zum Zelt! Der Mut des Feindes könnte auf seinem neuen Verbündeten beruhen! Weiterfeuern! Ja! Wenn jetzt erstmal... Wenn ich die Aufnahme dann jetzt... Next Frequences... Wir haben die Akte, die Ihnen den Überläufer bei McV gegeben hat! Wir haben Dragovic Schmenger in den Gefizier! Klochchenko, Claude Steiner! Sie kennen sie! Die Köpfe von Projekt Nova! Nova 6! Reznov nannte es Nova 6! Dragovic! Was wissen Sie über Dr. Kloch? Wir wissen, dass Kloch den Kinniker in der Nova 6 mitentwickelt hat! Bös, kardig und selbstverliebt! Denn Ars ist das Wunderkind! Im Kontakt zwischen Harzen wurden auf Kaulung geschickt, um Kloch zur Röbelung! Erinnern Sie sich! Wieso fragen Sie? Sie wissen doch schon alles! Nein, nicht! Wir wissen nicht, was die Zahlen bedeuten! Von woher sie gesendet werden! Wieso fragen Sie nicht Harzen? Kaulung war seine Mission! Er hat Klag verhört! Ja! So, damit stoppe ich jetzt, glaube ich, erstmal die Aufnahmen! Hab genug Probleme jetzt schon gehabt! Ja! Wenn ich jetzt noch ein Bildschirm erscheinen würde, wäre nicht, dass ich mich dann auch nicht! Jetzt! Ja! Wir können ewig weitermachen! Wir haben jede Menge Zeit! Oder Sie geben uns, was wir wollen, und wir garantieren für Ihre Sicherheit! Ich bin doch schon ein toter Mann! Ich wurde über die ganze Welt gescheucht!